So, der Ausfall ging ja doch besser, viel besser als erwartet. So, hier noch alles frei, Flacken haben wir an, Auto passt, 8.26 Uhr haben wir es, 8.26 Uhr, jetzt fahre ich da hoch, hat wohl jemand Nachwuchs bekommen. Eigentlich bin ich gut, ähm, Meisenheim, ich hab noch gar nicht geguckt, wie ich fahre, hab noch gar nicht geguckt, wie ich fahre. Ich bin der Kruselfahrer, die B420-100. Zehn Minuten vor zehn haben wir es, ich bin wohl demnächst da, ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, da vorne steht es doch schon. Okay, ich bin ein bisschen anders gefahren, wie es Navi mir gesagt hat. Okay, okay. Spannungsgeladene Fahrzeug. Fahrzeug. Ja. Fahr mehr unten hin? Keine mehr von unten hin? Oder müssen wir von oben runter? Wir fahren oben auf den Platz, laden wir nur ab. Ich mach da gerade den Zaun ein bisschen auf, weil wir haben den Zaun hingemacht. Okay, gut. Das sind die Maupen. In der Brunnen kommen wir gar nicht rein, ne? So, ich hoffe ein bisschen hochheben, dass wir über die Puppe kommen. So, ich hoffe ein wenig entwickeln. So, das ist mir wieder. Ich bin schon in der Baustelle, hab auch schon geladen, häng jetzt dran zu sammeln. Ich bin schon in der Baustelle. 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 Das, was wir abreißen können, könnte man mit dem Radbacker machen oder so. Könnte ich mir beinahe denken. So, ich muss die neue, die weiß man nicht weg, sondern irgendwo dahinten dran ist. Halte, sehr lang. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und dahinten stehen schon eine Container. Ein Samo. Oh, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Das ist noch nicht euer Ernst, oder? Das ist doch nicht euer Ernst. Okay. Das ist doch nicht euer Ernst. Und dann wieder extrem fest. Und dann wieder extrem fest. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 10. 10. 10. 10. 10. 12. 12. 14. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte Untertitelung. BR 2018 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 heute mal wieder meine eine meiner neuen lieblings baustellen ich hab ja was vergessen saabryggen einer der 938 holen laden und er geht rüber nach da hat bei nur felden an dieses rote abrücken da werde ich auch heute nachmittag lade ich dann endlich den 956 die genehmigung ist wohl schon ein paar tage hier wusste ich nicht und er geht dann in der kommenden nacht auf an diese brücke da da Ja, das Auto steht schon wieder ganz vorne auf der Ecke. Keine Chance, absolut keine Chance, das gäbe es doch nicht. Das gäbe es doch nicht, ey. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Egal. Gibt es nicht. 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 Das war's für heute. 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 Ja! Achtung! Das war's für heute. Das war's. Was ist das? Was ist das? Das ist das, das ist das, das ist das was ist das, das ist das was ist das, das Be nee Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020